Ein gutes Thema für unser Bonjour-Gespräch mit Sven Gößmann, den Chefredakteur der Deutschen Presseagentur. Guten Tag nach Berlin. Hallo, grüß Sie. Herr Gößmann, auf Mängelmeldungen reagiert die Verteidigungsministerin ja gerne mit dem Hinweis, sie könne in kurzer Zeit nicht nachholen, was über Jahre hinweg versäumt worden sei. Nur ist Frau von der Leyen nun auch schon im fünften Jahr ihres Amtes. Sind die Mängel der Truppe inzwischen auch ihre eigenen Mängel geworden? In Teilen natürlich, weil es geht um die Frage, wie wird Rüstung eigentlich gemanagt? Im Bundesverteidigungsministerium, der Bundesrechnungshof hat heute, die dpa hat das ja gemeldet, dazu seine Meinung veröffentlicht, nämlich, dass sie schlecht gemanagt werden. Nichtsdestotrotz ist der Fortschritt im militärischen und bei der Technikbeschaffung eine Schnecke. Das heißt, das sind oft Projekte, die über 10, 15, 20 Jahre geplant werden. Also da gibt es auch viel Erblast. Um eine Kampfdrohne verfügbar zu haben, will Frau von der Leyen ja auch israelische Modelle leasen. Zunächst ohne Waffen, aber die Linkspartei ist trotzdem empört. Sehen Sie auch die Gefahr, dass Deutschland damit die Schwelle hin zu einem abstrakten Krieg, der quasi ja von zu Hause aus per Fernbedienung geführt wird, leichter überschreiten könnte? Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja erstmal darum, aufklärerische Kompetenz zu gewinnen, die die Bundeswehr heute nicht hat. Das heißt, hinter den Hügel zu schauen, ein bisschen leidenhaft formuliert, um zu sehen, was da eigentlich ist. Natürlich kann man jede Drohne bewaffnen. Die Amerikaner machen das in Afghanistan auf sehr traurige Weise vor. Nichtsdestotrotz ist die Bundeswehr da im Moment nicht auf der Höhe der militärischen Zeit. Und das sollte sie sein. Immerhin sind auch deutsche Soldaten weltweit im Einsatz. Nun werden ja Waffen nicht nur gekauft, sondern auch gerne exportiert. Im ersten Quartal hat die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von 880 Millionen Euro genehmigt, hauptsächlich nach Saudi-Arabien. Wie passt das zusammen mit dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Exportstopp für alle Länder, die, wie es da heißt, unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind? Ja, das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, die ja auch deshalb umstritten war im deutschen Parlament ganz zu Recht. Saudi-Arabien ist ein Player in diesem Krieg und man weiß nie, was mit diesen Waffen dort geschieht. Insofern muss man sich jeden einzelnen Rüstungsexport sehr genau angucken und in Zweifel sich dagegen entscheiden, welche einzelnen Details jetzt hier eine Rolle gespielt haben, dass man das genehmigt, weiß ich nicht. Mit Waffenverkäufen verdienen ja auch westliche Industrieländer Milliarden. Wenn es allerdings darum geht, Kriegsflüchtlingen zu helfen, dann kreist der Rotstifte. Heute beginnt die Geberkonferenz für Syrien in Brüssel. Davor hat das Welternährungsprogramm an die Weltgemeinschaft appelliert, ausreichend Gelder bereitzustellen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die benötigten Summen nicht nur versprochen, sondern eben tatsächlich dann auch überwiesen werden? Ich glaube, Deutschland hat sicherlich einen großen Teil geleistet. Jetzt hat sich ja auch erstmals ein Vertreter der Vereinten Nationen bei der Bundesregierung für den Einsatz Deutschlands bedankt. Insofern sind wir da in einer bisschen anderen Position als viele andere europäische Länder, übrigens auch die USA und andere. Da gibt es natürlich die Aufgabe der Weltgemeinschaft, dort zu helfen. Denn wenn man die Bilder aktuell immer noch sieht, herrscht dort großes Leid. Und nicht nur in den Flüchtlingslagern und Kriegsgebieten, sondern auch ganz einfach bei der normalen Bevölkerung. Man muss also dringend dieser Weltregion helfen. Ich hoffe mal, aber ich habe jetzt auch noch keine Indizien aus den Verhandlungen, die ja auch erst dann beginnen, dass das am Ende geschieht. Denn eins steht auch fest, wenn die Welt tatlos zusieht, wird nicht nur Hunger und Not herrschen, sondern es wird wieder mehr Gewalt entstehen. Die Außenminister der G7, die sich gerade in Toronto getroffen haben, die haben vor allem Russland aufgefordert, sich in einen Friedensprozess für Syrien einzubringen. Aber mit welcher Strategie, mit welchen Druckmitteln? Dazu gibt es eigentlich keinerlei Beschlüsse. Droht der Westen im Syrien-Konflikt, ein zahnloser Tiger zu bleiben? Also das Momentum, das ja jetzt vielleicht da ist für diplomatische Offensiven, auch aus Europa verstreichen zu lassen? Ich habe gewisse Hoffnung auf die Gespräche, die der französische Präsident Macron heute und morgen in Washington mit dem amerikanischen Präsidenten führt. Vielleicht gelingt es ihm, dort darauf hinzuwirken, dass man einen Gesprächsfaden mit Russland aufnimmt. Die bisherigen Erfahrungen mit dem russischen Präsidenten Putin sind allerdings auch die, dass er Verhandlungen nur ernst nimmt oder in sie eintritt, wenn er auch etwas zu verlieren hat oder glaubt, verlieren zu können. Das heißt in diesem Fall seinen Einfluss in Syrien. So wird es noch vieler Gespräche bedürfen und auch des Ernstnehmens der russischen Position, um überhaupt in Gespräche zu kommen. Ob die dann am Ende zu einem Frieden führen, weiß ich nicht, denn gerade für Russland, auch den Iran steht in dieser Region sehr, sehr viel auf dem Spiel und sie verfolgen sehr stark ihre Interessen. Dieser Krieg könnte schon vorbei sein, wenn ihn die Mächte, die dort mitwirken, nicht wirklich weiter wollten und bräuchten. Gegenüber Moskau setzt ja Außenminister Maas auf eine etwas härtere Gangart, vor allem in Abgrenzung zu seinen Vorgängern. Damit stößt er in seiner eigenen Partei durchaus auf Kritik. Am Rande des SPD-Parteitags ist das auch deutlich geworden. Was glauben Sie, wie lange wird der SPD-Außenminister seinen strengeren Kurs gegenüber Moskau durchhalten können? Das Prognosen sind bei der SPD so eine Sache, aber ich will es mal versuchen. Ich glaube, dass Heiko Maas über kurz, wieder lang eher auf den Kurs seiner Vorgänger einschwenken wird, schlichtweg, weil es in der SPD nach meiner Einschätzung keine Mehrheit für einen harten Kurs gegenüber Russland gibt. Und das hat nicht was mit dem Altkanzler Gerhard Schröder zu tun, der sehr enge Verbindungen nach Moskau pflegt, sondern mit der Grundhaltung der Partei, die historisch immer wieder auf Frieden und Ausgleich gerade mit Osteuropa setzt und mit Russland setzt. Ich denke mal, Heiko Maas wird über kurz, wieder lang von seiner Partei da ein wenig wieder auf Linie gebracht werden. Beim Militärschlag gegen Syrien hat sich Deutschland ja herausgehalten. Mal abgesehen davon, wie sehr hat eigentlich die lange Phase der Regierungssuche, ein halbes Jahr etwa, Deutschlands Rolle auf der weltpolitischen Bühne geschwächt? Was glauben Sie? Ja, der französische Präsident Macron ist ja ein bisschen in diese Lücke geschlüpft. Und ich glaube, von ihm stammt auch das Zitat, dass er gesagt hat, wir werden warten, weil wir Deutschland brauchen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Weltpolitik nicht stehen bleibt. Nur weil in Deutschland eine Koalition gebildet werden muss. Aber viele warten natürlich auf den deutschen Beitrag, auf die deutschen Schecks, mitunter auch auf die deutsche politische Unterstützung und den Einfluss von Angela Merkel. Sie muss auf der Weltbühne sicherlich auch wieder ein bisschen an Statur gewinnen. Denn ein Regierungschef, der eine Wahl nicht klar gewinnt, der Schwierigkeiten hat, eine Regierung zu bilden, da können Weltgemeinschaften relativ gnadenlos sein, wird als geschwächt angesehen. Das heißt, sie muss da Grund zurückgewinnen. Und ob ihr das in dieser Woche, wenn sie nach Washington reist, zu Donald Trump, zu einem Arbeitsbesuch, wie es heißt, nicht zu einem Staatsbesuch, schon gelingt, das ist noch dahingestellt. Die Woche wird vielleicht noch die eine oder andere Erkenntnis bringen. Sven Gößmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und Grüße nach Berlin. Bitte sehr. Vielen Dank.